Herzlich Willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter und die Gackerstrophe ist zurück in Neverwinter. Ein Event, das aus drei unterschiedlichen Events besteht, nämlich den Huhnheimlichen Kanälen, den Vogelfreunden, für die man verschiedene Vogelsamen aufnehmen muss. Könntet ihr vielleicht noch einmal, ihr wisst schon, die Streithühner machen schon wieder Ärger. Könntet ihr mit ihnen vielleicht ein Hühnchen rupfen? Und dem Geflügelgemetzel, dem Hühner-PVP-Ereignis. Auf jeden Fall gibt es hier ein Reittier, also mindestens eins. Es gibt hier das Huhn, auf dem man reiten kann. Wir gucken mal eben im Shop. Das Artefakt, Ring des Huhnheimlichen Wetters, sehr geil um Gegner zusammenzuziehen. Ein Zombie-Küken als Modebegleiter, noch eine Glucke, ein Küken als Modebegleiter. Vergängliche Vogelvisage, man kann sich verwandeln. Ein bisschen was für Mode, für Kopf und Füße und so. Ansonsten noch ein bisschen Buff-Food und das war es eigentlich auch schon. Und um die Währung zu sammeln, kann man halt diese drei Events machen. Sich in verschiedene Hühnerarten verwandeln, indem man die Samen zu sich nimmt. Denn das entsprechend der Art des Huhns mögliche Verhalten machen. Dafür müsst ihr erstmal andere Hühner finden und euch dementsprechend mit den anlegen. Die Hühnergruppen stehen überall in der Protectors rum. Auch immer an den gleichen Orten, aber haben andere Spieler die schon aktiviert, dann dauert das ein bisschen, bis die Respawn. Als grünes Huhn seid ihr das Heiler-Huhn und müsst immer die Gruppen mit zwei Hühnern suchen, die sich gegenseitig behaken. Der eine ist verletzt und dann müsst ihr eine bestimmte Anzahl von Hühnern heilen. Ist das erledigt, nehmt ihr die nächste Vogelsamensorte. Als rotes Huhn seid ihr ein Fernangriffshuhn, sucht andere rote Hühner einzeln herumstehend, meistens ein bisschen erhöht und schießt die dann ab. Habt ihr auch davon die nötige Anzahl an Hühnern attackiert, dann verwandelt ihr euch durch die nächsten Samensorte in die nächste Hühnerart. Als blaues Huhn müsst ihr in ein anderes Huhn hineinrutschen, mit so einer Schnellrutsch-Attacke. Dafür müsst ihr die Hühner, die hier so auf der Map hin und her laufen, mitten im Lauf attackieren. Da kommt eins. Hepp. Erledigt. Und auch das macht ihr wieder, bis die Mission erfüllt ist. Und wechselt dann erneut die Vogelsamensorte. Mit dem könnt ihr euch unsichtbar machen und sucht andere unsichtbare Hühner. Das einzige Problem ist, dass während des Events halt ganz viele Leute das machen. Und habt ihr einmal so eine Gruppe oder so einen Huhn attackiert, ist das erstmal weg. Und es gibt eine gewisse Respawn-Zeit, bis diese Hühner wieder da sind. Und das kann halt manchmal ein bisschen dauern. Also im Prinzip gehen euch die Hühner aus. Aber ansonsten ist die Mission nicht schwer. Da ist so ein unsichtbares Huhn. Pop. Erledigt. Erwischt. Auch das macht ihr so oft, bis die Mission erfüllt ist. Nehmt dann die letzte Vogelsamensorte. Und in dem Fall attackiere ich den anderen, der zwei Hühner, die sich immer streiten. Den einen musste ich heilen. Den anderen haue ich jetzt einfach ein. Hör auf, den zu schlagen. Und das war es dann auch mit dieser Mission. Hat man jede Hühnersorte durch, ist die tägliche Aufgabe hier in der Protectors erledigt. Und man kann in die Wartelisten. Huhnheimliche Kanäle. Ist eine eigene Warteliste für das Event. Man wird in einen Huhn verwandelt. Wenn man bestimmte Samen hat, könnte man sich jetzt auch gleich anders verwandeln. Aber auf dem Weg kann man auch nochmal die Art ändern. Und jetzt muss man sich der Gegner erwehren. Und hier gibt es zwei Arten. Die einen machen Gruppe für Gruppe. Weil anders schafft ihr das als Hühner auch gar nicht. Und andere rennen halt einfach nur durch. Auch das gibt es. Ihr solltet euch so ein bisschen immer abstimmen, in Anführungsstrichen. Oder zumindest gucken, was die anderen machen. Wenn die nur laufen, dann läuft auch. Weil hier gibt es diesen kleinen Trick. Solange sie noch nicht gefixt haben. Man läuft bis zum nächsten Feuerchen. Wo man ja auch sich wiederbeleben kann. Und lässt sich denn mit Absicht sterben, um an dem Feuerchen wieder aufzuerstehen. Und die Gegner, die sind dann einfach weg. Oder gehen wieder an ihren Platz zurück. Und dementsprechend gibt es hier welche, die ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Und ein bisschen kämpfen wollen. Und andere rennen einfach nur durch. Da man hier mit Randoms unterwegs ist, muss man immer so ein bisschen gucken. Es hilft halt nicht, wenn ihr alleine denn loslauft. Und die anderen alle kämpfen. Weil dann müsst ihr sowieso auf die warten. Wenn ihr kämpfen wollt, die anderen aber laufen, müsst ihr halt gucken, wie viele vorrennen. Weil dann müsst ihr hinterher. Weil alleine schafft ihr also fast nicht einen Gegner. Ihr müsst das schon als Gruppe machen. Hier kann man nochmal die Art des Huhns ändern. Welches Huhn man denn sein will. Ihr habt das hier so ein bisschen in der Protectors durch die Vogelsamen gelernt. Da geht es nicht weiter. Da ist der Bossfight. Ah, ihr habt mich also gefunden. So werdet nun geschunden. Hühner-Nekroman klingt auch falsch. Aber es sind drei Typen. Coolsten ist es immer, wenn alle gleichzeitig auf denselbigen einen hauen. Aber ja, also hier kriegt das schon raus. Wichtig ist nur eigentlich nicht sterben. Weil dann steht ihr vor der Tür. Und könnt eurer Gruppe nicht mehr helfen. Und aus roten Flächen mehrheitlich rauslaufen. Dann seid ihr eigentlich relativ safe. Und machen wir uns nichts vor. Als Huhn jemanden tot zu picken. Das dauert schon eine Weile. Und weg ist er. Jetzt kann man hier unten das alles anklicken. Und auf in die unteren Kanäle. Kann man wieder seine Hühnerart wechseln, wenn man das denn möchte. Problem ist hier immer, der Leuchtepfad ist weg, wenn einer das Ziel erreicht hat. So ein bisschen auskennen muss man sich dann. Das ist schwierig für mich. Und auch hier direkt bei dem Eingang ist wieder das Feuerchen zum Respawn. Die meisten laufen nur bis hier und sterben dann. Die Gegner rennen wieder zurück. Und man kann hier rein. Aber je nachdem. Wie gesagt, jeder macht das ein bisschen anders. Ja, okay. Die Gegner sind da. Ja, der Boss auch. Ja. Riesige rote Fläche. Hier muss man ganz raus. Wow. Tut auch richtig weh. Au. Kleiner Haken. Die Gegner, die da noch getriggert sind, die stehen vor der Tür. Und wenn der Boss tot ist, rennen die hier rein. Und nur wenn man ganz schnell ist, kann man hier raus und den Boden anklicken. Eventuell müsste man sich noch mit den Gegnern anlegen. Aber auch da im Zweifel kann man sich sonst töten lassen und respawnen. Und dann ist das Thema durch. Aber erstmal müssen wir den Bass hier umhauen. Den guten Rover. Der geht auch echt schneller runter als der Hühnernikromant. Ich muss mich also umbringen. Die anderen Hühner müssen alle nach Hause laufen. Und dann kann ich auch endlich unbehelligt durch das Tor gehen. Ich muss dann noch einen kleinen Spießroutenlauf überstehen. Cool, dass ich gerade ein Heilerhuhn geworden bin. So, durch. Ihr könnt ja auch nochmal die Hühnerart ändern. Am Rand der Arena stehen noch die einzelnen Hühnerarten zum Wechseln. Und jetzt müsst ihr ihn besiegen. Den Lucan mit seinem Eimer. So, es erscheinen immer wieder Vogelsamen. Wenn ihr darüber lauft, dann seid ihr einen Moment gestunnt. Aber verwandelt euch in eine andere Hühnerart. Der roten Fläche immer ausweichen. Und ansonsten picken, 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 picken. Ich habe einen Sprachpehler. Der Typ hat wieder ohneendlich leben. Und das war's. Juhu. Vogelfedern, Vogelfutter. Oh, der Ring des unheimlichen Wetters. Das Artefakt. Und das waren die Gefiederkanäle. Und ihr könnt das Hühner-PVP starten. Das Geflügel-Gemetzel. Wir gucken mal eben im Shop. Auch da werdet ihr an eine dieser Hühnerklassen verwandelt. Könnt ihr euch das aussuchen. Und müsst gegen eine andere Truppe auf der anderen Seite bestehen. Indem ihr einfach bestimmte Punkte einnehmt. Capture the Flag. Und die gegnerischen Hühner umbringt. Ja, ja. Je mehr Hühner auf so einem Punkt stehen, desto schneller geht das. Ich beschleunige das Ganze mal. Aber im Schnitt würde ich mal so sagen 6, 7, 8 Minuten. Dann ist das Thema durch. Und dann wieder mal hat gewonnen oder verloren. Dann gibt es Ruhm. Rohastral und Siegel des Ruhm. Und das ist auch schon alles, was man zur Gackastrophe in Neverwinter wissen muss. Das Event, die Scherzvögel. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüüss.